Wodurch? Wo sind sie denn jetzt? Da ist einer. Oh fuck, der hat mich erwischt! hmm und jetzt wegrennen hau doch nicht ab ach halt dein maul fuck warte ich brauch kurz die shorty jetzt haben wir noch einen schuss aber hey der reicht mir ach komm noch ach Gott ihr seid so schlecht ne Gott die sind so schlecht ach du scheiße ey ich bin mal krass drauf in der Stadt ah ich weiß nicht du wirst es auf der Karte und besser sein gleiches Platz wie dein Freund warte es Es ist genau da. Du kannst es verabschieden. Geh an ihn. Geh an. Ich will dir. Ich liebe einen Lion. Ich liebe ihn. Ah, fuck. So cute, Mann. Er hat gesagt, was du willst. Ich bin nicht zu sagen. Das ist alles gut. Ich glaube nicht. Nein, warte. Oh. Hahaha. Warte, warte. Komm schon. Los geht's. Stopp. Schon wieder in den Finger. Ich bemerkte dich. Ich bin infektiv. Ich bin infektiv. Wirklich? Ja. Du bist so. Ich werde es spielen. Holy fuck Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Hmm, nicht so. Warum lässt er mein Butterfly da liegen? Okay, ich seh rein gar nichts. Oh fuck. Äh, ja. Hm-hm. Äh. So, uh, shit. Oh fuck. Oh fuck. Die sehen mich da bestimmt gar nicht, oder? Durch den Schneesturm. Fuck, wo muss ich hin? Das klingt gut. Ach, shit. Haha. Hast du ne Waffe dabei? Nein, shit. Ich seh rein gar nichts. Shit. 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 Oh fuck, oh fuck, der hat mich gesehen. Okay, kommt der her oder bleibt er? Was? Da war doch hinten. Hey, ich für ein Messer. Ach fuck, egal. Ich hab'n... Aha. Jetzt will nur einen Schuss über... Hey, wen juckt's? Das ist ne Spielhalle? Tatsächlich ne Spielhalle? Auch nicht schlecht. Ich war noch nie in ner Spielhalle. Ich wär' da so gern mal gewesen. Aber da war ich noch... Oh fuck. Ha. Ein... Eine Kugel, ein Treffer, Alter. Lass mich. Ich bin gar nicht der Aufwand. Aufwand, hier Treffer. Ja, genau, genau, genau. Ist schon okay. Da komm' ich nicht rein. Oh shit. Okay. Ich hab' dich schon mal gesehen. Ist... Ob die hier wohl sind? Die sind bestimmt hier, Alter. Einen auf denen. Ich hab' hier mal ne ruhige Minute. Wen willst'n das... Wen willst'n das erzählen? Ach shit. Wie hast du das gemacht? Die Kugel ist leer. Äh, die Waffe ist leer, du. Das ist okay. Ich hab' keinen Platz mehr. Du willst raus? Du musst die Kugeln auskaufen. Ich weiß, du bist nicht infektiv. Niemand hat... Hallo. Hallo. Oh fuck okay. Bääää. Bäääää. Es ist nicht so einfach wie ich dachte. Bääää. Wieso... Du hast gar keine Kugeln, du Penner. Das war meine Waffe. Oh, was war das? So, was ist das, Ellie? Ich muss es sagen, du hast mich da hinten. Das, Mann. Oh. Ich brauche irgendwas. Okay, Ellie. Ich habe das gehört. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Ah! Ah! Wieso rennt denn der jetzt so? Oh, fuck. Ach, shit. Halt dein Maul! Du, oh! Oh! Damit habe ich nicht gerechnet. You know, you keep surprisin' me, bad girl. Oh, shit. Wo geht er hin? Hä! Oh, shit. Haha. Ja, geh f*** dich selbst. Okay, dann. Nicht sagen, dass ich dir nicht eine Chance gab. Du weißt, ich liebe, wie du denkst, dass du besser bist als das. Ich sehe dich. Ach, du verrückte Mann. Ach, f***. Ach, die Scheiben liegen... die Scherben liegen hier rum, Alter. F***, das sehe ich jetzt erst. Ja, okay, er hört definitiv die... Scherben, Alter. Okay, das funktioniert nicht. Hatte ich nicht noch... ne, hatte ich nicht, f***. Was macht der denn da jetzt? Ich meine, mir ist es egal, aber... Hab ich es geschafft? War das so... Oh. Oh, man. Oh, man. Ach, f***. Das ist gut. Du siehst mich nicht. Er sieht mich. Er sieht mich. Ah! Oh, der Flamme war so unnütz, Alter. Und tot. Haha. Oh, man. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich, äh, Level hasse, die im Winter spielen? Die wird auch nicht im Winter spielen, sterbe ich öfter. Das ist kein Witz. Das meine ich tot ernst. Ist hier irgendwas drin, oder? Aber hier komme ich leider nicht lange. Der Typ da oben darf mich nicht sehen, Alter. Was ist das? Was ist das? F***. Ey! Hab dein Kopf touchscreen. Wer kann auch? Okay. Oh, das ist ihrer, wa? Habe ich jetzt einen Rucksack im Rucksack, Alter? Voll geil. Ein Rucksack. Oh, what? Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Heiliger Scheiße. Okay, ganz schnell. Holy shit. Ellie. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Okay. Aber er liegt da auch noch, ne? Ja, er liegt da hinter mir. Oder neben mir, eher gesagt. Oh, mein Messer. Ne, seine Machete. Okay, ganz langsam. Er kriegt mich eh gleich. Also, meine, was erwarten wir? Ich bin kurz davor und dann zieht er mich zurück und haut mich. Könnte ich, keine Ahnung, da könnte ich mein, 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 mein Gameboy drauf... Ja, Mensch. Ich weiß, dass du dich hat. Ich weiß, dass du dich hat. Ich weiß, dass du dich hat. Es ist okay, dass du dich? Es ist kein Schäden. Es ist kein Schäden. Ich glaube, nicht. Es ist nicht dein Künstler, ist es? Oh, ich hab's echt geschafft, wow. Ich hätte ihn nicht gedacht, oder? Oh, Babygirl, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Es ist okay. Heilige Scheiße, Alter. Das war echt so ein perverser Hurenbock, wa? Zeigen die echt sein Gesicht noch? Nee, ich dachte schon, Alter. Das wäre auch ein bisschen komisch gewesen, sein Gesicht jetzt noch zu zeigen. Oder was davon übrig ist, Alter. Frühling! Das ging schnell. Sie finden aber auch immer verschiedene Klamotten, ne? Das kriegen sie schon noch hin. Hörst du mich? Nein. Was? Schau. Hospital.